Ich hab einen Clip gesehen, wo die Botlänge gankt haben, ich alles gelotscht hab und er auf Französisch neuen Scrippter What the fuck, die bannen unsere Botlänge raus Also, das heißt, nehmen wir Sixx, wenn er offen ist, wenn Sixx und Esw offen sind? Nennt ihr Amo oder in R-Runde hier? Ich bin hier ein bisschen nervös, mach mal einen Pep Talk jetzt, Tolkien Team! Ich hab gerade Film geguckt, es war fucking heiß Sie haben ein gutes Game geschafft 1 zu 1 auszugleichen Wir haben auch 1 zu 1 im Halbfinale gespielt und dann triumphieren können. Wenn sie das schaffen, ist das geil. Im Finale gegen Frankreich, ich habe gerade ein Baguette gegessen. Das werden wir mit dir machen. Wir werden sie zerstören, auseinanderflüssen, dominieren und den Sieg nach Hause bringen. Für Team Bless, für Valorant, für TFT ist unser Finale. Das hat mich abgeholt. Das hat mich abgeholt. Das hat mich abgeholt. So, jetzt gehst du dich. Oh shit, ich habe vergessen, Attack-Speed-Ruden mit zu... Nein! Ja, jetzt los. Ah, Valorant verliert bei Dui gerade. So, ich würde, falls es okay ist, tatsächlich nochmal Botzeit starten hier. Das ist kein Problem, Agurin. Das ist einfach überhaupt kein Ding. 315 Top-Grab oder wo ist der? Ja. Oh ja, Mitte wird es sehr, sehr langsam. Ich gehe gleich hier für einen Early-Cheese-Reset und tue mir eine Träne. Ich schließe, soll ich das auch machen? Ich glaube, da wird ein Scaler hier. Ja, ja. Ich könnte jetzt tatsächlich Mana-Mean gehen, ja. Der Zac ist wahrscheinlich behind. Nein, 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 der Spot-Zack gegangen. Nein, der Spot-Zack gelaufen. Er läuft raus, der Bukong. Sollte ihn genug Snor ist, oder? Die gehen rein bei uns hier. Der kommt jetzt zurück. Jetzt der Zac-Attack. No bad. Na, das war bad. Guck mal hier, das ist illegal, glaube ich. Ich war da. Ich kann nicht weiter. Ich gehe Richtung Mitte. Auch wenn ich sterbe, ist ein guter Counter-Gender. Könnt ihr Mitte-Turm nehmen. Okay, ich gehe auf Flash. Hier, ich habe ein paar Leute. Ich bin raus. Ich gehe auf den. Wir gehen hier für Agurin. Ich glaube, Agurin ist tot. Vielleicht kann er zu Blaschen. Kann easy hier nach links. Ja, genau. Oh, die ist down. Ich gehe aber durchleihen. Oh mein Gott. Ich will kein Flash auf dem. Wo kommt und soll ich da sein bei dir? Da, äh. Kramer, kein Flash. Nee, nee. Es ist okay, ist okay. Escape Artist. Nice, good job. Big Side hat keine Ult. Die gehen Top-Side. Zudrück beim Herald. Der kein Flash, ne? Hab ich nicht gesehen. Machen wir alle Toppers gehört, ne? Ja, ja. Ich glaube, die werden nur den Herald wachen. Was hab ich denn? Du hast den aber, ne? Ich guess so. Ja, das ist okay. Kann ich das einmal klären? Wenn wir jetzt nach vorne laufen, will ich gleich. Aber das sieht aus, als wären wir fein. Ah. Sechs getan. Sechs getan. Können wir nicht töten? Nein, 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 nein. Nicht Traden. Ich glaube nicht gut. Ich glaube nicht gut. Okay. Ja, klar. Ich bin wieder bot gegangen, ne? Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Arma kann Flash. Ihr bist raus. Ich werde sterben dafür. Ja. Langsam kommen. Hear the wave. Und Kong, no Flash. No TP. Wir haben eins für zwei. Ich sag, Leute. Wir haben jetzt direkt mit Kong. Wir haben Scally gut gemacht. Wir haben Corki, Ezreal. Einfach kurz warten. Ich abgeräte eure Items. Alles gut. Ich werde fighten, guys. Das ist so nett. Mhm. Aber ich spiele es langsam. Okay. Ich bin super low. Go Zech. Zech. Zech, Flash raus. Wo kommen die Routine dazu? Six Flash raus. Six Flash raus. Ich glaube, wir sollten einfach mit rumnehmen. Ich kann die für immer slowen. Wir sollten die chasen. Wir können auch theoretisch chasen. Aber die werden turnen mit Wohl. Ich werde chasen. Okay, let's go. Slowly slow. Ich werde fassen und recht weiter. Ja, jetzt. Und? Six keine Flash. Go. Go Frontbound. Ja, ruhig. Slowly slow. Slowly slow. Ich habe gleich Flash W. Ich gebe die Bluetooth jetzt. Nein, nein, nein. Wir sollten jetzt zu Altman Mitte. Nein, guck, Wukong. Er ist hinten. Er ist fake. Okay, wir Nash. Können wir noch chasen? Ja, wir können Nashen. Wir können Nashen. Wir können Nashen. Ich habe gleich Ultan. Mach mal weiter, okay? Guck mal jetzt auf meinen Pillern. Ja, go, go, go. Guck hier, Wukong. Stellung. Wukong, Wukong, Wukong. Und eine Swatch. Zwei Jump, zwei Jump. Flash 5. Okay, lass raus. Das ist nice, intense. Das Finale ist schon mal cool. Ja, war zu erwarten gegen den Team. Auf jeden Fall. Ich hole Tim mitlein an der Wave rein. Ich bin ready. Ich glaube, das wird Scaling Rise jetzt nur noch besser für uns. Ja, ja. Ab BTC macht schon länger. Die gehen hier nochmal rein. Oh ja, das ist gut für uns. Ja, ja. Vielleicht. Wir brauchen aber einen Core-Optain. Der ist auch noch nicht wahr. Ja, ich bin ready. Ich werde wahrscheinlich... Guck Zack, guck Zack. Ich habe MF. Zack, 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 Zack. Der wird tippieren wahrscheinlich auf die Bubbles, oder? Nein. Der ist fein. Ja, 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 die Frontline. Zack auch noch, Zack auch noch. Zack's Knock-Up. Töte Zack. Oh Wuk, 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 oh Wuk. Ich kann nicht weg. Das ist zu fein. Nice. Aguin. Nash. Scheiß auf Wukong, Nash. Du hast auch geflasht, oder? Ja. Ich werde immer weiter nach vorne laufen, wie weiter du reinkommst, okay? Okay, ich hold drauf, ich hold drauf, ich hold drauf, ich hold drauf. Sieg des Hits. Mit Swatch des Hits. Sind alle tot? Dekler ist komplett tot. Nein. Alle tot, alle tot. Ja, end mit, oder? End mit, end mit. End mit, end mit. Endlich mal. Let's go, let's go. Schöner Retake. Von Bärdomen Team genervt. Let's go. Der Retake. Was kommt denn in der B? Wir können einfach raus. Nein, lass uns einfach zwei Nips nehmen, ich glaub. Also end, maybe. Aber nicht end? Maybe. Zwanzig mit Barrel? Noch 100%. Actually, wir können end, wir können enden. Okay. Wir können noch nicht ganz. Wir haben im Übrigen eine absolut. Die wollen hier rein. Die wollen hier rein. Die wollen hier rein. Dirty von Ulf. Ist das bad von denen? Ist hinten am hinten, am hinten hinten. Wuk, Wuk, Wuk. Ich gehe durch für die Dingens. Wuk, Wuk, Wuk. 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 Stop. Go Leute, schön. Nice. Team, wir sind's einfach. Oh. Oh. So geil, Alter. Geiles Game. Oh, richtiger Fänger. Wir sind es einfach. Nice. Leute, kein Bart. Ich liebe es. Oh. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht gespielt. Ich hab dem zu viel gegeben. Aber der konnte später halt überhaupt nichts gegen Kasiks machen. Der französische Chat holt nur rum und behauptet, du bist ein Kasiks OTP. Man müsste nur Kasiks bannen, um zu gewinnen. Und dann nehmen wir Nocturne und dann picken wir Xerath auf der 3 und dann machen wir Winkelwinkel. Darf ich den picken oder willst du den unbedingt picken? Ich würd bitte gerne Nocturne nehmen. Du kannst halt einmal picken und kannst dann chillen für die Reste. Algorin, ich habe bereits einmal Nocturne top gespielt, dieses Turnier. Du bist nicht der Nocturne-Spieler allein. Jetzt können wir das, als ich ihn spiele. Nein. Achso. Nein. Nein. Einfach nein. Also, ich glaub nicht. Oder? Xerath nicht wirklich. Aber ich hab die Gneiht und er nicht weiß. Okay. Oh, da ist der Darius. Was willst du dagegen? Die Gneiht da? Die Gneiht da? Als Jungler, ja. Aber ich glaub in der Lane nicht. Team, wir sind noch Drafted. Ich möchte den FF-Button betätigen. Algorin, wo möchtest du denn dieses Game starten? Oh, da muss ich echt mal überlegen. Hm. Botlane sieht gut aus. Also, tatsächlich eigentlich nicht, ne. Also, eigentlich fühl ich Top-Land. Ich kann. Weil ich glaub, Top-Land, du kriegst ja ein Prior, right? Ich krieg keine Prior-Land. Genau. Ich finde, Galio ist sehr unangenehm bei Slami, ne? Hm. Oh, er ist im Busch. Nein, nein, der wird Pöhnung. Ich glaub, er wird auch leaschen. Oh mein Gott. I hate. Ich kenn doch meine Pappenheimer in Diamond 1, ja. Wer das lost? Nice. Okay, ich bin da. Guck mal. Er ghosted, er ghosted. Okay, rechts lang. Ein HP. Passte. So, muss das nämlich. War O1. Oh no. Ah. Bin wahrscheinlich was für. Ja. Nice. Noch die CS bekommen. Noch die Pete warnt, logischerweise. Die kommt halt nicht aus meiner Ultros, ne? Ich bin ehrlich, jeder Top-N-Gank ohne Flash-Ghost ist okay. Hier ist ein Hacker rum. Hacker rum und Galio sind hier. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Hast du ein Ward-Agore? Nee. Aber ich hab alles verschwendet. Karma können dann auch movement. Wir sind Überzahl, ne? Ich würd hier für den Six gehen. Ich geh für den Six. Galio, 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 Galio. Komm mal. Not bad. Ja. Vorsicht mit Karma. Ohhhh. Team. Das ist jetzt nervig. Aber können wir gleich mal kurz Pause machen? Weil ich hab irgendwie super die Next-Bikes. Mach erstmal kurz. Fertig. Nein, okay. Wait, what? Habe ich, habe ich? Ja. Er hat ult noch, ne? Der Mitte-Bot mist. Der hat gerade reingeholtet. Der hat gerade reingeholtet, mate. Oh, ich bin hier. Nice. Galio wieder mist, ja? Ich mein, der Galio wird permanent auf dem Roam. Ja, da war jemand. Ja, da war jemand. Ich geh auf den Link. Karma ist hinter euch. Karma ist hinter euch. Du musst raus. Du musst raus. Unbedingt raus. Ich mein, ich muss probieren zu killen. Weil wir uns doch noch miss. Ich hab... Es ist crazy. Ich hab ihn legit gesehen, aber ich hab's nicht realisiert. Wir werden dafür gehen. Ich werd's hier für Karma gehen, oder? Wir sind ready. Ich werd's hier für Karma gehen, oder? Ach, den nicht gerade bei Harrod? Mika hier? Ich kann nicht ulten, leider. Ja. Ich muss bad-moven. Das sieht toll aus. Das cool von mir war super bad. Sorry. Ja, das hat eine Wave frei, oder? Der sollte top pushen. Ah, schade. Der hat keinen Flash. 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 Der ist tot. Nice. Faker, Faker. Holy shit. Good job. Wir gehen in die Mitte. Okay. Nice. Wir überlebst. Wow. Der hat echt genug Schade ohne. Der Gali wird den Ulten, ne? Der hat keinen Ulten, der hat keinen Ulten. Der hat keinen Ulten, der hat keinen Ulten. Der hat keinen Ulten, der hat keinen Ulten. Der ist gefeiert. Äh, sterben. Erstmal. Ich hab noch dreimal Gordekka. Okay. Nein. Maybe ist das noch gut. Gordekka, okay. Ach, schade. Die sind hinter uns. Die sind hinter uns. Die sind hinter uns. Ich glaube, das ist ein guter Fight. Und Zeroth überlebt. Go, go, go. Darius, Darius, Darius. Darius. Ich hab das recht recht recht. Ich hab das recht recht recht. Können wir nicht warten. Er hat hier gesungen? Bin wir raus? Wir müssen raus. Wir brauchen unbedingt was gegen die Schilde. Ich will jetzt hier abentfangen. So hat Zerill das. Oh Gott. Guter Fehlkriegen? Versuch zu peelen. Sind sie schon relativ long? Nein, nein, nein. Wir haben einen bekommen. Nein, sober, sober. Naja, nee. Das haben wir verloren. Fein, wenn du in 10 Punk triffst. Aber den Karma Schilde. Ich glaube, als wir zoppeln. Als wir zoppeln. Als wir zoppeln. Und ich probiert haben zu helfen. Da würde ich das gerne verloren, glaube ich. Aber ja. Ja klar. Unsere Comfort Heads. Ist nice. Ist dumm. Das Gardo da war in den Busch. War crazy. Vielleicht haben wir noch eine Möglichkeit. Sola? Schade. Aber guter Versuch. Ich glaube, wir haben einfach viel zu viel gefeitet. Nein, nein. Wir waren schon komplett los da. Wir hatten gar keine Chance mehr. Also ich meine vor 10, 12 Minuten schon. Ja. Wir fighten halt. Das wäre eine gute Chance. Ich habe auch wenig getroffen. Ich carry jeden Fight, wenn ich nicht 5.000 Gold weniger als Darius habe. Guck mal aufs Gold. Das ist ja genau das Display. Den Argument. Aber ich glaube, wir sind so Bianca von Byvey die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Der Gardo hat uns permanent überall gecheaset und gedive. Also wir waren halt permanent überall geforst. Was wir einfach machen ist, wir gehen wieder Blue Sides. Ja. Und wir können easy die Drop wieder bestimmen. Ja, ja. Mhm. Wir gehen Blue Sides. Und ich glaube, wir nehmen einfach Six. Also es wird 99,99999% wird es jetzt trash werden. Nein, Sola. Ja, ja. Gut, dass er Zeit spielt. Eins zu eins. Ich kann ja nur in der Solo-Queue sagen. Ich spiele ja sonst nicht. Also sowas, ne. Nimm einfach was du kommst. Lockst einfach ein. Gar keine Diskussion. Lockst einfach ein. Dass immer du dich confident fühlst gegen Flash. Ich denk's. Ja? Ich fühle mich dann okay. Natürlich. Finde ich geil für unsere Comp. Actually insane, ja. Aha! Wer hat's gerollt? Das ist aber richtig gut für uns. Moment. Aber erst ein bisschen feiern. Wenn die kein Flash gegen Javan. Das wäre schon sehr gut für uns, ja. Ja, deswegen. Das wäre, glaub ich. Ja, sie müssten auch mit Velkos. Nice. Naja. Wer hat's gecallt? No way. Yes. Ah. Ja, gut. Du, Carstens, brauchst du ja noch die Spiele. Komm mal, man. Team! Don't let your dreams be memes. Das ist unser Game. Der zweite Platzspieler auf dem Spiel, okay? Die Gegner mögen ihre OTPs haben, aber wir sind bessere Spieler. Unsere Comp greift aneinander. Wir haben die Möglichkeit, hier Geschichte zu schreiben. Two Tribals. Back to back in League of Legends. Zu gewinnen. Für Team Bless. Team Deutschland. Frankreich mit Untergang. Das ist unser Game. Let's get it! Let's get it! Let's go! Let's go! Let's go! Okay! So muss das. So. Oh, Scheiße. Ich hab die Chance Select nicht gezeigt. Ich glaub nicht, dass der Smash so easy romen kann. Ich glaub, die werden mehr für Bot Lane spielen diesmal. Ich glaub, diesmal, die werden heavy into Bot Schmin. Ja. Ich glaub, die werden euch richtig campen unten. Das wäre nicht gut. Kriegen wir denn auch ein bisschen Liebe? Nein. Ne, gar nicht. Aber die können halt keine Waves stacken gegen uns. Ich glaub nicht, dass es so easy wird. Gang? Nein. Ich kann nur bei der Falllock basically. Ja, ja. Ja, ja. Das könnte Mitte sein, ja. Okay. Aber doch. Leider, die Mini bei Black ist, kann ich jumpen. Warte kurz. Wenn er auf den Mini geht, okay? Mhm. Ja. Sonst nehm ich seine Gold, dann ist's. Okay, komm her. Flankyuse hier, Flankyuse. Ja. Ich flash nach. Ja, ist tot. Nice. Nice. Let's get back here. Ah. Sind top, sind top. Du brauchst auch Hilfe hier. Sind tot. Lauf, 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 lauf. Nein, lauf, 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 lauf. Dass ich einfach flashen kann, wenn er flasht? Also hier hin mit mir. Na, wo ich war. Nein, 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 nein. Da sind noch flash, da sind noch flash. Nein, 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 nein. Hier dann. So ist der Breville. Können wir den Action Count am top, maybe? Der Typ ist schon irgendwo am Minden, finde ich. Ist er das? Warte, look. Ich kann da nicht TP, ne? Ich kann da nicht TP, ne? Ein Schuhe sind all was. Der Intid, komm ich hin. Ich mein... Er hat noch Flash noch. Ich sing es load? Ja, ja. Ist das jetzt einfach Hammer inst für mich. Ist auch kacke für mich. Ja, das ist immer mein Lanes, oder? Einfach nicht die Pien sagen. Flash könnte mich kommen. Also die insta-pushen Botlane immer und gehen dann in Fuck of War. Guck mal, wir können nicht wirklich Tower verlassen gerade. Flash ist auf mir. Flash könnte... Okay, Jack ist back. Er ist huge. Botlane moved jetzt aber. Flash ist half-life. Ja, ich move aber... Wir haben wenig Zeit, das wird das. Flash ist Mitte. Flash ist Mitte. Er ist knocked, er ist knocked. Kannst du tippen? Nice. Ich hab Shield in 2. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Flash ist gleich da. Routine. Oh, ich bin ein Impa. Können wir raus? Der hat keinen Flash. Kannst du dafür sooß? Ich werde für die Wave sterben. Oh, Mann. Okay. Oh, Hot 3. Oh, hot 3. Guys, 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 guys. Calm down. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Er ist immer noch alles gut. Wir haben diesmal eine Weitfeste drauf. Oh, traurig. Der 6 hat... Der hat Flash. Der wird gelindert, ne? Der kommt in der Kantenwatch. Äh... Der ist nur raus, I think. Maybe we won't forn, aber Tabagon wird auch sterben. Silbst du noch? Kommst du raus? Nein. Nein. Bis erst, aber... Der Jack ist auf mich drauf geflasht. Ja, ja. Und der TP. Ich bin raus. Der Kera ist auch Herald halt. Nice. Schön gemacht um. Wenn du überlebst, ist es super geil. Ja, ja. Er hat keine Ulti mehr. Er hat keine Ulti mehr. Jackson hat keine Ulti. Boah, so da nice. Good job, good job, good job, good job. Alter, die haben einfach gerade komplett an der Bomb gesmoked. Der hat keinen Flash, keine Ult. Oh ja, Midlaner auch. Ne, ist alles gut, Leute. Dom Tilt, Dom Tilt. Wir haben das. Wenn wir einfach... Wenn wir einfach chillen und später Jacks und Saukite haben, die gehen dann nicht die beste Job gegen uns. Ich wollte den. Jax wird mitkommen, Jax wird mitkommen. Ihr habt 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Komm, ich komm mit. Okay, er ist top. Er ist top. Der Jack ist um, der Jack ist um. Kann ich TP, ich TP? Ich kann TP, wenn ihr wollt. Ja, ich move auch, ich move auch. Ich klappe... Blue, drink it up. Ich klappe okay, Enkel. Da sollte ein guter Fall sein. Vielleicht was kein Flash mehr. Ah, da steht Jacks TP, die Missrunnen. Ja. Flash rein. Missrunnen, die Missrunnen. Wir haben die Backline. Wahrscheinlich kannst du einfach missplitten. Wenn ich jetzt lang genug durch die Jungle auch, dann kann ich vielleicht auch... Ich wechsle den Missrunnen. Ah, ne, ne, ne. Jax wird von hier kommen. Ja, Jax wird von hier kommen. Da ist er. Geh auf einfach alle auf den Gehen. Ja, wir sollten einfach für die Kill spielen. Wenn wir 1000 Gold kriegen, ist das so gut. Ich will sein Flash haben. Versuch zurück. Den haben wir nicht. Gleich Steal. Die Glass kommt. Nice und jetzt einfach raus. Jetzt einfach raus. Nice, wenn wir überleben, ist das gut. Seht ihr den Jax in der Mitte? Der flinkt euch irgendwie. Wollen wir den Jax schon? Ja, gut. Jax und Tons. No bad. Guckt auf Jinx, guckt auf Jinx. Jinx ist gohltet. Stop it. Oh. Kommt aus Sonya. Zwei. Nein. Puckt ein bisschen, puckt ein bisschen. Jinx can't flash. Drake ist gohlt geflasht. Türken. Oh no. Wir können langsam spielen. Go Chuck. Ja, spielt slow. Spiels slow. Ja, Jax ist gebased. Vorsicht, der kann nicht spielen. Ich hab noch Sonya erst. Ich hab's toke Sonya erst. Ja, raus, raus, raus. Das war's, raus. Jinx can't flash. Guter Shutdown. Die haben gestartet. Die haben gestartet. Ich hol's auf Drake. Wir haben Seele. Jack slow. Deal weg. Ich hatte leider noch keine, irgendwie. Gleich rüber, vielleicht können wir noch spielen. Okay. Haben wir schon hier. Warte. 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 Vielleicht können wir das noch zurückhalten. Wenn die Nash und Seele kriegen. Achtung, die heben sich da voll, ne. Wir müssen halt fighten, ne. Keine Ahnung, aber. Oh. Oh wow. Was hat der für ein Sustain Head? Ein Ocean Soul. Ist ja absolut ekelhaft. Scheiße. Ein Ocean Soul. Ja. Oh man. Oh, sorry. Scheiße. Ach schade. Ach scheiße. Echt gut. Ach scheiße. Ach scheiße. Haltet ihr im Nachhinein jetzt Jackson und Vel'Kos nicht tatsächlich schlimmer als die anderen? Nein, ich glaube. Fandest du? Ich fand das schon schlimmer, ja. Also der Vel'Kos war, war der Vel'Kos schlimm? Ich fand den Vel'Kos schlimm, ja klar. Ich fand den Vel'Kos jetzt nicht so schlimm. Aber ich fand das nicht den Comfort von dem ist. Wer hat das nicht so viel gemacht, oder? Ein bisschen? Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. So kannst du auch sowas nicht gucken. Ich glaub schon. Ich hab das Gefühl gehabt, in den ersten zwei Games haben die Early alles abgegeben und im dritten Game haben die tatsächlich legit early contested. Ja. Ja. Waren aber schlechte Games von mir. Ich glaub wir hätten gewonnen, sonst... Was ist das? Wir sind trotzdem Zweiter geworden. Naja. Zweiter ist Verlien. Verlien ist Verlien, ja. Verlien ist richtig scheiße. Oh, Leute. Oh fucking hell. Aber danke euch für die Games, ne? Hat echt Spaß gemacht. Ja, ich fand auch, es hat Spaß gemacht. Danke euch ebenfalls. Ich wünsch euch noch einen wunderschönen Abend. Jetzt ärgert euch nicht so, ne? Reingehauen, Leute. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ich mein, in Game 2, der fucking Galio ist in meinem Gesicht jeden einzelnen Fight und dann später nur noch Karma und Dingens. In Game 3, der fucking Trash immer überall. Da war so hart zu spielen. Ich glaub wir hätten von Anfang an einfach direkt für, also einfach alles topside abgeben sollen. Aber ich weiß halt nicht, ob das dann nicht direkt hart FF ist, wenn wir dem Jax in der Freelane geben, right? I don't know. Schwierig zu spielen so. Bis dann.